Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er ist hier drüben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung, Überfall! Ich muss ihn stoppen! Ist hier der Mosh Pit? Super! Das ist nicht wie sich, Spidey! Ah, Schlägerumhorn hat was! Danke! Es geht mir gut! Schönes Wetter, was? Das ist nicht wie der gewöhnliche Ganovencamp! Bis dann, Spiderman! Hallo? Hey, Spiderman! Alle Einheiten und Meldungen über Autounfall, Zivilisten gefangen! Auch für seinen Hudson-Town benötigt! Der Unfall sieht schlimm aus! Hoffentlich ist niemand verletzt! Ich hatte damals gesehen! Holt ihn euch! Ziehen wir, Spidey! Da sind Leute im Auto! Sie stecken wegen Trümmern fest! Wir gehen dicht, Spidey! Nur noch ein bisschen! Spiderman! Hilfe! Stecke fest! Jemand steckt unter dem Auto fest! Beeilung! Die Autoschrotter sind erledigt, aber da sind noch Menschen eingeschlossen! Vielen Dank! Vielen Dank! Ich glaube, die Trümmer halten Personen im Auto gefangen! Keine Panik! Ich bin hier! Alle in Sicherheit! Feuerwehr und Rettungsdienst machen ihre Arbeit! Ich kann hier... Verstehst du mich? Hey! Ich bin hier nicht wiederzusehen! Was sagst du? Au! Seit zweiter der Linken! Alle Einheiten haben eine mögliche Entführung! Officer in der Nähe, bitte ins West Village! Winkst du meiner Oma, Mann? Wie geht's? Sind das... Wird ein großer Fan? Oder einfach so? Gut aus, beiden. Alle Einheiten, Einbruch gemeldet. Bitte nach Two Bridges. Over. Mein Tipp, die Einbrecher wohnen da nicht. Wo's ich sein? Spiderman? Verdammt, ich hab gesagt, das ist zu laut. Ihr seid aber nicht vom Schlüsseldienst. Du wirst mit Stahl. Er darf euch nicht, aber er wird die Knappi. Jetzt schaltet ihn endlich aus. Waffe empfiechert. Kleiner Tipp. Klappt es weder mit Aufbrechen noch mit Eindringen, besser Finger weg vom Einbruch. Alle Einheiten, bewaffneter Raubüberfall gemeldet zum Tatort. Der Ort ist in Lower Chinatown.